Die Wolken da draußen sehen ziemlich düster aus. Oh nein, es darf nicht regnen. Es wird doch nicht regnen, Oma. Es tut mir leid, Leo. Aber ich glaube, das wird es leider. Es hat schon angefangen. Oh Mann, oh Maus! Hm? Es tut mir so leid mit dem Wetter, Leo. Das ist einfach unfair. Es wird bestimmt ganz doll langweilig hier drin. Weißt du, Leo, du kannst die Langeweile doch vertreiben. Nein, das geht nicht. Glaubst du das wirklich? Ja. Ich weiß, wie du sie ganz schnell loswerden kannst. Warte hier kurz und du wirst staunen. Hm. Arme kleine Maus. Ich verstehe nicht, was alle gegen den Regen haben. So ein Regenschauer ist doch einfach wunderbar. Wir machen jetzt mal. Untertitelung des ZDF, 2020